So, hoffentlich geht es jetzt. So wird ein bisschen kürzer. Vielleicht 3-4 Minuten. Oh, ich freue mich gar nicht auf die Monster. Der Mond ist schon aufgegangen. Aber auf welcher Stufe haben wir das jetzt eigentlich? Normal auf Eier. Oh. Ja, wie gesagt, Minecraft-Projekt kommt ja jetzt bald. Oh. Ich würde wahrscheinlich fragen, wie soll ich den Folgen nur so kurz machen, dass der Wind nicht schnell hochgeladen wird. Oh. Der Hexe. Nee, 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 nee. Ich habe sie nicht bestellt. Oh, scheiße. Mist. Ich brauche mehr Fleisch. Ich brauche noch zwei Fleisch. Wow. Drei Creeper? Oh. Nee. Scheiße. Wo war das Hex? Scheiße, nee. Sind die aber bei Hexen die meisten Reaktoren oder was? Hatte Mistkacke. Ich habe meine Achse weg. Wo kommt das her? Wo kommt das her? Wow. Kann man hier nur noch flüchten? Scheiße. Scheiße. Ich bin nicht. Scheiße! Wie schnell kann eine Spinne denn sein? Jaaaaaaah! Och nee! Ah! Jaaaaaaah! Ey! Von der darf ich ihn nicht verarschen! Nee, 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 nee! Wo ist der Mond? Ah! Ah! Nee! Ah! 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 Boah nee, nicht einer von denen. Nein! Oh nee! Wie spät ist es? Ich glaube ich beende die Folge an dieser Stelle, dann sag ich mal bis zum nächsten Mal.